Wir haben in der Urnenfrühgeschichte unterschiedliche Bestattungsformen, Körpergräber, aber auch Brandbestattungen. Häufig ist dann der Leichenbrand der verbrannten Körper in Urnen gegeben worden, in Behältnisse, wie man das heute auch kennt. Und diese Urnen sind dann in die Erde eingelassen worden. Wenn wir uns so historische Grabungsdokumente ansehen, wie hier zum Beispiel so ein Aquarell, da sehen wir die Urne, ist hier in 1,50 Meter Tiefe geschützt durch Steine, durch einen großen Deckstein und durch eine große schützende Auftragsschicht. Das Gleiche in diesem Beispiel. Inzwischen ist aber durch die Modernisierung der Landwirtschaft dieser schützende Oberboden schon so weit weggepflügt und weg erodiert, dass kaum noch was da ist. Wenn wir zum Beispiel so ein Spargelfeld ansehen und da ist ein Gräberfeld drin. Hier sehen wir ein Spargelfeld, in dem in so einem Graben eine Urne gefunden worden ist. Dann sind die schon sehr stark zerstört. Das können wir hier bei unserem kleinen Beispiel ganz gut sehen. Diese Urne hier, da ist noch mit so einer ganz alten Schrift Lüneburger Heide draufgeschrieben. Das ist eine Bestattung aus einer Zeit, wo diese Modernisierung der Landwirtschaft noch nicht so um sich gegriffen hat, wo diese viele der Urnen noch sehr gut erhalten waren. Eine solche Urne aus der vorrömischen Eisenzeit, man sieht hier unten auch noch so einen Beifund, eine Metallverzierung zum Beispiel, Schmuckstücke sind da häufig mit dabei, der Leichenbrand wurde dann in diese Urnen getan. Diese Urne ist zwar zerschärbt, aber vollständig erhalten. Das liegt daran, dass sie in einer Zeit geborgen wurde, in der die Zerstörung des Bodens noch nicht so weit vorangeschritten war. Oder andere Urnen, wie diese hier zum Beispiel, hervorragend erhalten, sind auch deswegen so gut erhalten, weil sie in einem Grabhügel bestattet wurden. Und der Grabhügel ist also ein sehr guter Schutz für dieses Grab. Ein ganz anderes Extrembeispiel ist diese Urne, die hier auch einen Deckel hatte, die es sehr stark im oberen Bereich zerschärbt, weil der Pflug da immer wieder drüber gegangen ist. Die sind ja nicht besonders tief gewesen, sodass hier auch schon der Leichenbrand, den wir hier in dieser Schachtel sehen, schon vom Pflug auf der Ackeroberfläche verteilt worden ist. Und so ist das also für uns jetzt denkmalpflegerisch auch ein Wettlauf gegen die Zeit, dass man solche Urnenfriedhöfe noch rechtzeitig entdeckt und dokumentiert, bevor sie komplett zerpflügt sind.